Slavie, Bilo-Cherveni, Slavie, Bilo-Cherveni, Slavie Hezký Šimone, výborný! Hezký Šimone, výborný! So, bei uns werden jetzt für die Wettbewerke geschlossen auf den Turniersieg. Mal überraschend, erste Gegner in der Zwischenrunde läuft, acht Minuten die Spielzeit jetzt auch in der Zwischenrunde, Aufstellung von dann auf 96, im Tor, wie gemeint Fabio Spohr, Nummer drei, Lennart, blauenrot, Nummer fünf, Georg König, Nummer sechs, Marius Springfeld, Nummer sieben, Lars Lützer, Nummer acht, Tobias Eike, Nummer zehn, Nils Leibniz, Tor für Nummer vier, das ist Nemanja Rostalic, so, wir sind bei der Nummer zehn, Nils Leibniz, Nummer 13, Alessandro Ziege, Nummer achtzehn, Henry Schlunzog, und wie gesagt, Torschütze Nummer vierzehn, Nemanja Rostalic, Trainer von der Nummer 96, Mike Übel und Marc Buchter mit einer Wande, Aufstellung von Slavia Rostalic, und so geht man jetzt Lukas Messery, die Nummer zwei, Jager, B-Halber, die Nummer vier von 3. Nummer vier, Hohan da, Trecht. Kommt auf Ihr Slavia an! Nummer 4 hat das toll erzielt, also hat ich auch gerade erwähnt, André Feeck zum Ausleisten wird. Nummer 7 hat Kamil Kulhadi, Nummer 9 Simon Havra, Nummer 10 Nikolaus Susensky, Nummer 14 Antonio Laudicella. Nummer 15 David Novak, Nummer 17 Philipp Steno und Nummer 20 Daniel Kulhina, Trainer Eska Slavia Pracht, Yacht Bauer und Lico Wüssinger an der Wander. Nummer 1 Zurnellt Hannover 96 qualifizierte sich gestern als Kupen-Dritte für diese Zwischenrunde und zwar der Amore seiner Gruppe 2 dauer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020